Die Gemeinde und ihre Aufgaben. Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in Deutschland leben, gehören zu einer Gemeinde. Eine Gemeinde wird oft auch Kommune genannt. Eine Gemeinde kann sein, eine Stadt, ein Dorf oder auch mehrere Dörfer, die sich zusammengeschlossen haben. Was macht eine Gemeinde? Eine Gemeinde erfüllt für ihre Einwohner viele Aufgaben. Diese Aufgaben können zum Beispiel sein, dass sie für uns Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten baut. Außerdem baut sie zum Beispiel auch Sportanlagen und Turnhallen für uns und sie sorgt dafür, dass es in der Gemeinde genügend Spielplätze und Grünflächen zum Spielen gibt. Außerdem sorgt sie für befahrbare Straßen in der Gemeinde und für zuständige Krankenhäuser und Feuerwehr. Sie kümmert sich außerdem um die Müllentsorgung, um die Stromversorgung und auch die Wasserversorgung. Für all diese Dinge braucht die Gemeinde natürlich ausreichend Geld. Woher bekommt die Gemeinde ihr Geld? Dieses Geld bekommt sie vor allem von Steuern, Bußgeldern oder Gebühren. Steuern sind Gelder, die wir an den Staat bezahlen. Es gibt zum Beispiel die Hundesteuer. Hier musst du für deinen Hund etwa 100 Euro pro Jahr bezahlen. Außerdem gibt es die Grundsteuer. Das ist die Steuer auf Eigentum. So ein Eigentum kann zum Beispiel das Grundstück sein, auf dem dein Haus steht. Außerdem gibt es zum Beispiel auch noch die Gewerbesteuer. Wenn du mit einer Tätigkeit viel Geld verdienst, zum Beispiel einen Blumenladen besitzt, dann musst du auch dieses versteuern. Bußgelder musst du bezahlen, wenn du falsch geparkt hast oder auch wenn du zum Beispiel zu schnell gefahren bist. Gebühren zahlst du für die Wasserversorgung, Strom und auch für die Müllabfuhr. Viele Aufgaben der Gemeinde werden in sogenannten Ämtern erledigt. Diese Ämter findest du im Rathaus. Zu den Ämtern der Gemeinde erfährst du in meinem anderen Video mehr. Informationen über deine Gemeinde findest du in deinem Rathaus oder auch im Internet. Du weißt also nun, was eine Gemeinde ist, was eine Gemeinde macht und auch woher die Gemeinde ihr Geld bekommt.